Willkommen zurück zu Pikmin 2. Im Garten der Begegnung haben wir uns im letzten Part ein bisschen blöd angestellt, da gucken, ob es diesmal besser geht. Wir haben noch drei mal drei Nahrungsdinger, wo wir uns alle gemopst. Und tatsächlich, wir können pflücken. Und zwar Pikmin. Ihr zwei Chintiere Base. Ich hole noch weiterhin Plauder zu Mama Mal. So viele. Dann kann es sein, dass wir noch welche brauchen. Ich will jetzt nicht so lange, ich habe zu viel Zeit verschwenden hier. Mein Wasser hat einen Delay. So, das. So, nice. Aber du kommst schon mit, oder? Jetzt muss ich pflücken. Mache ich später. Oh. Was haben wir denn hier? Was sind das für Sounds? Okay. Hier. Oh, Feuergegner. Lieber schnell besiegen. Ach man. Ach man, warum funktioniert das Anvisier nicht? So, jetzt. 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 Ich muss hier wieder warten. Aber ich habe ja was gesehen, was ich tun kann. So. Hol mal die gelben Pikmin raus. Hier gibt es was aufzumachen. Aber nicht die blauen. Ändert sich das auch? Ich denke nämlich nicht. Was haben wir hier so Schönes? Wo müssen wir denn hier überhaupt lang? Oh, hier sehe ich schon eine Mauer. Das ist mir egal, was das jetzt für eine Farbe hat. Ah, die sind schon fertig. Und schon wieder ist Firefox abgeschmiert. Na, wer hat den letzten Mal ein Luigi-Part angesehen. Da ist ja auch Firefox abgeschmiert. Jetzt muss ich alle 10 Minuten einmal draufdrücken, weil ansonsten der Bildschirm schwarz wird. Und die Aufnahme eventuell nicht mehr erfolgt. Aber in den meisten Fällen wird einfach nur der Bildschirm schwarz. Mach es doch nicht so. Mach doch so, Mensch. Help me. Manchmal gucke ich, was hier so... Interessant. Ich kann auch nicht die Kamera. Ich kann auch nicht die Kamera bringen. Ähm. Ähm. Habe ich schon erwähnt, dass es ziemlich cool ist, dass die Pikmin nicht mehr One-Hit sind. Also wäre es jetzt Pikmin 1 oder 2. Ne, 1 gab es noch keine Elektro. Aber wäre es jetzt Pikmin... 2. Dann... ...hätte ich jetzt die Hälfte meiner Mannschaft gekillt. Also 50 von 100, die aufs Feld können. Wo gehe ich hier schon wieder hin, Mann? Was war das so ein Menschenskinner? Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt vermehrt gelbe Pikmin bräuchte. Warum hole ich mal gelbe? Ach, come on. Bin ich für ein Vollidiot? Vollidiot. So. Nice. Haben wir hier noch so ein Depp rumschillen. Okay, dann geht's mal auf nach da. Habe ich schon erwähnt, dass mir die Kamera nicht ändern kann? Durch Zufall entdeckte ich ein Mechanismus. Doch zu zweit können Lund ich nicht bedienen. Unser Arbeitgeber, der Präsident von Hockey-Tate-White, ist in Urlaub und unerreichbar, obwohl uns der Urlaub gestrichen wurde, damit wir diesen Planeten erkunden. Interessant. Dann können wir gerne Pikmin hochwerfen. Oh. Das ist eine Frucht. Ich glaube, ich habe schon die Rätselslösung. Ich muss irgendwie sehen, dass ich draufkomme. Machen wir jetzt mal hier mal ein paar Pikmin. Ja, aber ich kann keine Ketten draufwerfen. Das ist natürlich kein Bullshit. Natürlich kann ich Ketten hochwerfen. Da kommt mir hier mal so ein paar hin. 30. Und dann... Ich gehe noch so ein bisschen... Und dann... Ketten hochwerfen. Und dann... Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Ja, komm! Das ist ja... Ketten hochwerfen. Nein! Verdammt! Das war jetzt... Obwohl doch... Das war gut überlegt. Jetzt kann ich da nämlich ein Hinwerfen. Ich brauche es gar nicht so viele. Geheimzahl 9! Jetzt muss ich hier wieder ein bisschen Ballast machen. Gehe hoch. Ich glaube, ich habe einen kleinen Denkfehler. Jetzt kann ich euch schon lauflich hochwerfen. Andere Idee. Mann, ist das zeitintensiv. Regt mich fast schon wieder auf. Da werden wir ein paar hinwerfen. Und die Ketten. Und dann hier all the rest. Denkfehler-Hashtag 2. Ich bin mal später. Ich bin mal später. Mann, sind noch hinten vorne. Mann, ist das... Was machst du jetzt schon wieder hier für ein Bullshit? Mann, ich reg mich einfach nur über meine eigene Dummheit auf. Dabei ist das doch so simpel. Dabei ist das doch so simpel. Dann kann man hier auch noch mal hinwerfen. Dann kann man hier ein Hinwerfen. Dann kann man hier ein Hinwerfen. Ich bin eigentlich komplett doof. Dann mach's jetzt halt immer auf die extra lange Tour. pass mal auf hier jetzt hab ich auch keinen Käpt'n ja, aber ich muss denn doch einen ja, aber ich krieg doch hier keine Pikmin drauf geworfen ja, wie geht das denn, das Rätsel ja, wie will man das denn schaffen man kann doch von hier aus keine Pikmin drauf werfen also ich hab's verstanden man muss hier oben drauf sein das ist die eine Sache dann muss man einer hier sein nein, dann müssen hier Pikmin sein aber um das zu schaffen, sind zwei muss man einen hier rüber werfen und der andere da aber man hat doch nur drei Personen man braucht doch vier ich mein ich weiß, wie's geht man muss dann einen so machen dann den einen da da so, also man muss ach komm, das ist eh ein Outtake Musik Untertitelung des ZDF, 2020